Applaus Also ich darf Sie ganz herzlich heute begrüßen, großartig, dass viele gekommen sind. Und als erstes möchten wir der Tochter danken. Die hat mir mit ihrem Volkswangenbully diese Bilder. Und es gibt relativ viele Bilder, die sehen Sie dann später in der Diskussion. Die waren zu groß für den Volkswangenbus, aber es war ein bisschen so wie eine Hippie-Reise vor 40 Jahren. Und das ist eigentlich das, was die Sache so interessant macht. Es ist quasi eine Zeitreise, weil Lisa Endres, ich habe das zufällig gesehen bei mir um die Ecke in einer wirklich famosen Galerie, wo ich immer wieder hingehe und wir sehen, das haben alle fünf, sechs Wochen. Und das ist die Laura Marsger, da hatte sie eine Ausstellung und ich war wirklich wüst angetan von diesen Bildern. Und das Erste, was ich gesehen habe und was bei mir sozusagen im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses Bild mit den beiden Catchern, die offensichtlich vor diesem kirchalischen Performance bei den Catchern, ist ja immer nur böse und ganz gewalttätig und furchtbar grausam. Aber es ist alles großartig abgesprochen und es ist eine clowneske Veranstaltung. Nicht, dass ich der Spezialist bin, aber es steckt irgendwie in diesem Bild drin. So, weiß ich nicht, wie ein Nottheater, also eine sehr formalisierte Angelegenheit. Und was ich eben großartig finde, sind diese sehr femininen Figuren, wo also die Haut quasi Malerei ist. Das ist Oberfläche und all diese Bilder sind sehr, sehr, sehr flach. Und dann kommt natürlich noch hinzu, diese Marienaltar, was wiederum mit ihrer unmittelbaren Umgebung zu tun hat, wo sie arbeitet. Und diese Kombination kann mich absolut hinreißen. Ich bin mehrfach in dieser Ausstellung gewesen und dachte, wie kann das sein, dass jemand so ungewöhnlich, so zart und so entschieden auch eine Bildwelt zaubert, die es so nicht gibt. Und wir müssen ihr dankbar sein, dass sie die geschaffen hat als Malerin. Und da stellt sich heraus, dass sie sozusagen eine mythische Figur ist, weil sie gehört eben zu einer Gruppe von Frauen, die sich zusammengetan haben vor 40 Jahren. Ja. Und die hießen Weibsbilder, wo Bilder groß geschrieben ist und weib klein. Und die war offensichtlich nicht so sehr aus primär politisch-feministischen Positionen entwickelt worden, sondern hatte eine Vorgeschichte, die natürlich sehr eng mit München zu tun hat. Gruppe Spur, all diese verschiedenen Kollektive, die sich gebildet haben. Sicher auch der Einfluss von Askerion, der ja eine Weile hier gelebt hat. Und dann bildeten sich eben diese Frauen, die gesagt haben, wir wollen nicht bevormundet werden. Wir machen etwas gegen diese Macho-Attitüde oder auf jeden Fall, um alles, was sozusagen das Geniale betrifft, zu unterlaufen. Und was interessant ist, dass die sich zusammengetan haben, wir haben gesagt, wir machen etwas zusammen, aber keiner macht etwas individuell und pusht seinen eigenen Namen. Und diese Gruppe hat zehn Jahre... Wir waren schon individuell gearbeitet, aber nicht ausgestellt. Das war aber sozusagen... Während dieser Zeit haben wir nur Gruppenbilder ausgestellt und das war die Abmachung. Ja, und ihr seid dann damals ja auch sozusagen beim NBK eingeladen worden mit den Doria Girls und anderen amerikanischen, sehr klar dezidiert politischen Künstlerinnen. Das war aber schon am Ende unserer Zeit. Ja, aber sie hat gesagt, sie will da nicht jetzt zu sehr darauf rumreiten, sondern in erster Linie das zeigen, was viele von Ihnen, die Sie sicher gut kennen, eigentlich nicht gesehen haben, weil sie in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht in München ausgestellt haben. Ja, stimmt, kann man so sagen. Also ich denke, wir legen los. Wir haben diese Bilder gerade vor eineinhalb Stunden hier präsentiert. Es gibt einige Stapel, die kann man dann sukzessiv wegnehmen und dann ins Dunkel stellen. Und wichtig ist vielleicht jetzt doch, eine kleine Einführung zu geben über Ihre PowerPoint-Präsentation, um zu zeigen, wie es dazu gekommen ist, dass diese Bilder, die wir jetzt hier sehen, entstanden sind. Ja, vielleicht noch eine Sache. Das war jetzt für mich ein großer Wunsch, die mitzubringen. Das sind Bilder oben auf dem Speicher, die sie damals in New York gemacht hat und zurückgebracht hat. Und da ging es eben darum, und ich glaube, da ist der Punkt gekommen, wo der Frosch ins Wasser springt, wo man zwei identische Bilder malt, um quasi das individuelle Bild zu entwerten und zugleich sozusagen zu einer serienartigen Produktion bekommt, die, irgendwann war es dann vielleicht auch langweilig, und dann hat es aufgehört. Aber sie hat vorher schon nach diesem Kollektiv sich entschieden, obwohl sie schon 45 Jahre war, zwei Töchter hatte, an die Akademie zu gehen, weil sie irgendwie das wollte, also eben nicht zum Sturm, das wäre naheliegend gewesen aus dem Kollektiv, sondern zum Baschern, und hat dort Bilder gemalt, nur Streifen und nicht horizontal, das wäre Landschaft gewesen, vertikal, ganz rigide, sich nur mit Farbe und Licht und Fläche zu beschäftigen. Und danach, und das war für mich jetzt wichtig, das da oben auf dem Speicher zu sehen, war quasi der Punkt, der es ihr erlaubt hat, diese doch ziemlich schrägen Geschichten zu machen, das ist das allerletzte Bild, das heißt doch, wir Betrachter, und dass wir jetzt sozusagen sukzessiv da durchgehen, und wenn Sie Fragen haben, bitte unterbrechen Sie. Das waren wir drei, wir waren in Sao Paulo und haben dort eine Ausstellung miteinander gemacht. Wir waren damals drei noch in der Gruppe, und die vierte war schon ausgewandert, sie alle, aber zuerst waren wir fünf, wie gesagt. Wir waren fünf Jahre zu fünft und fünf Jahre zu dritt. Wir haben diese Bilder gemalt, nicht hierarchisch, was uns sehr wichtig war, dass jede gleichberechtigt war. Und das war ein Rubo zu der Zeit. Und außerdem, also ich meine, das war die politische Aussage, wir waren aber keine Feministinnen. Und wir haben einfach uns große Leitwände aufgespannt, die auf den Boden gelegt und von allen Seiten gestisch losgelegt. Da gab es also keinen zarten Strich, den man machen konnte und sagen konnte, halt, da darfst du, das war höchstens mal die Ausnahme. Da wurde sofort wieder drüber gelegt. Und das ging blitzschnell. Und was aber dann das Bild ausgemacht hat, eine hat dann geschrien, Stopp, jetzt, Stopp. Also wir haben ja nicht viel gesehen, weil wir waren ja so nah an dem Bild. Also da war dann auch die Pinsen und da war ich am Boden das Bild und dann ging es los. Und wir sind rumgegangen und haben gewahlt. Und dann hat eine geschrien, Stopp. Und das haben wir gefolgt. Dann haben wir das Bild etwas antrocknen lassen und haben dann geschaut, was wir sehen. Und das war bei dieser Art der Arbeit völlig anders wie später. Das war, dass wir die Einbildungskraft, die jede von uns hatte, zum Zuge kommen ließen. Und gleichzeitig aber schau dann, dass es allen passen muss. Also es war wirklich nicht sehr individuell, die die Arbeit. Ja, das ging. Wir hatten sehr viel Erfolg. Das war eine tolle Zeit. Wir waren in den Medien ständig, in München zumindest. Und wir waren sogar an einer Gruppe, in der Halle K8, Gruppenkunstwerke in Kassel. Also es war schön. Also für mich war es natürlich als Neueinsteigerin total überraschend. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, so ist das, wenn man Künstler wird, da denkt man an. Und dann wird man gleich von allen eingeladen. Und wir wurden, weil wir ja auch sogar Texte zusammenschrieben, wir wurden einfach eingeladen zu einem Symposium von Frauen in der Kunst. Also da waren auch die Jeleneck zum Beispiel dabei. Also das war schon gut. Und das war in Brasilien, in Sao Paulo. Eigentlich schon, nachdem wir uns schon verkleinert haben als Gruppe. Und nach zehn Jahren war das Ganze quasi zu Ende, weil zu zweit ging nichts mehr. Also zu zweit waren wir keine Gruppe mehr. Und ich zeige aber mal noch ein Bild, dass wir zu dritt waren. Aber es ging immer darum, Dominanz zu vermeiden, oder? Das kam nicht vor. Wir haben dann Spiele entwickelt, dass wir zum Beispiel die Farbe Rot und Blau weglassen. Und wir haben mit anderen Farben malen, also solche Geschichten. Oder wir haben geschlossen, jetzt malen wir, fangen wir an gemeinsam. Und eine darf das Bild zu Ende malen. Das war dann zu spielen, es war schon Auslaufzeit, war eigentlich Ende von dieser Gruppengeschichte. Es hat sich irgendwie zehn Jahre, ist eine lange Zeit. Aber es ist sehr schwer vorstellbar, wenn man das jetzt rekonstruiert, ob Männer auch in der Lage gewesen wären, so zu agieren. Das haben wir nicht ausprobiert, weil wir keine Männer auch in der Lage waren. Wir haben ja, ich glaube, wir haben ja nicht genügend Männerkollektive, ich weiß nicht, wie es die gemacht haben. Ich glaube, die haben eher allein gemalt, aber das muss man sich selber fragen. Aber unser Anliegen am Anfang war schon, schon ein bisschen gegen diesen Chemiekult, diesen männlichen, etwas entgegenzusetzen. Aber es war nie so feministisch, ideologisch geprägt, das war uns, das wollten wir nicht. Die Idee, die politische Idee lag darin, dass wir gemeinschaftlich gearbeitet haben. Ja, das hat auch funktioniert. Das ist zum Beispiel, ich war Herr der Hemmer, das ist zum Dritten entstanden. Irgendeine hat dann gesagt, ach, da sehe ich einen Elvis drin oder so. Und den gab es noch nicht wirklich. Den haben wir dann ganz vorsichtig, nicht mehr so gestisch, den haben wir dann vorsichtig zu dritten könnte. Das sei denn, hat die eine gefragt, dass wir dem jetzt die Gitarre machen, eben. Und dann wurde ich sehr kontrolliert und beobachtet und sofort halt geschrieben, wenn etwas falsch gelaufen ist. Und verkauft habt ihr nichts, weil die Leute wollten nur etwas Individuelles, Geniales kaufen. Die Künstler haben etwas gekauft von uns, also Ginka Steinbachs hat den Film gekauft. Ich glaube, die kann man wirklich an einer Hand abzählen. Also du kannst mir berichtigen, wenn du es in der Stelle. Ah, stimmt. Stempel, ja. Also, so war es. Und dann hat sich das irgendwie auch... Ja klar, weil es eben nicht kompatibel ist mit dem Markt, man investiert... Es war nicht marktgerecht, es war nicht Geniekult. Ja. Und genau das ist ja jetzt noch, noch viel stärker. Und deshalb gibt es ja dann jetzt bei mir auch so Varianten, also so andere Geschichten, wo ich dagegen folge, aber natürlich nicht mehr lautstark, sondern sehr subtil vielleicht. Ja, das war, da ist noch ein schönes Bild, was wir zu fünft gemalt haben. Das ist in einer Sauna, das ist jetzt erst verkauft worden, vor zwei Jahren, glaube ich. Aber das ist auch so schwierig, weil da teilt man sich das und der Galerist kriegt 50 Prozent, also dann hat man echt, man kann sich da ein Cappuccino kaufen. Also, das ist natürlich hart und ist auch ein Grund. Gut, also während dieser Zeit, wir hatten ja ausgemacht, Einzelbilder können, kann ich die machen, war auch total notwendig für mich zum Beispiel. Ich bin heimgegangen und habe mich dann allein, ich war so dankbar, dass ich jetzt für mich allein Bild malen darf. Und das, die haben wir aber nicht gezeigt. Die Bilder, das war eine Regel, die wurden nicht gezeigt. Und das war auch sinnvoll, weil sonst wäre die Gruppe schon viel früher auseinandergebracht. Da möchte ich wenden. Gut, also, da habe ich also jetzt hier ein Bild, was von mir allein ist zu der Zeit. Da gab es dann auch schon viele, viele gute, schöne Bilder. Und am Ende der Weibsbilderzeit konnte ich dann, habe ich den Betantenpreis gekriegt und konnte in München dann diese Bilder zeigen. Und ich bin aber nach dieser, also es war 87 oder 88 und 89 bin ich, habe ich mich an der Akademie beworben, weil ich endlich mal einen Lehrer haben wollte. Und habe dann angefangen mit den 25 jährigen Studenten. Ich war 43 zum Malen und das war super. Das war, das war eine andere Geschichte jetzt. Aber wie gesagt, jetzt kommt, dazwischen habe ich noch eine Ausstellung von Helmut Friedl bewilligt bekommen im Kunstforum. Das war damals, das gehörte zum Lebenbauchhaus. Das ist unter der Maximilianzmütterführung, so ein toter Raum. Und das ist sozusagen jetzt der Kunstbau, der ist noch viel größer, aber das ist auch so ein toter Raum. Und der kannte eben diese Bilder und war dann ganz verwundert, dass ich was ganz anderes gemacht habe. Und das habe ich gemacht, weil in dieser unterirdischen, niedrigen, verlorenen Ecke, ich diese Skulptur machen wollte. Und da war er auch der Auslöser, so in ihrer Krieg. Und das ist so eine Art, die Lähmung wollte ich zeigen, dass sie sich bewegen wollen, aber nicht können. Und das habe ich in verschiedenen Arbeiten ausgedrückt. Also der Mann, der im Schubkahn vorwärts will, ohne Läder. Und der Hund, der auf der Leiter nach oben will, was ja auch ein bisschen unmöglich ist. Und die sind aus Blech. Und dazu gab es aber dann auch noch ein Relief oben an der Wand, also weil ich ja auch von bilderischen Herdes wohne. Und die Skulpturen waren im Bad. Und dann kommt eine richtig sture, rigide, selbst auferlegte... Das habe ich gemacht. Parallel war ich ja schon in der Akademie. Und dann habe ich beschlossen, ich nehme jetzt mal alles narrativ-expressiv raus. Das wollte ich abschließen. Und das war eine sehr schwere Veränderung von mir. Aber ich wollte dann nichts Gegenständliches mehr erst sehen in den Bildern. Und ich wollte die Farben... Ich war neugierig auf die Farben selber, was die machen können. Mit mir oder mit dem Bild oder wie auch gemacht. Und ich habe einfach dann die schlichteste Form genommen, die ich mir vorstellen konnte, das waren die Vertikale. Weil Horizontale wäre schon wieder die Führung zur Landschaft gewesen. Die Vertikalen. Und in der Akademie war der Raum so hoch. Da habe ich dann sehr große Bilder über gemalt. Also so zwei Meter mindestens. Und nur diese Pigmente und mit dem Acrylbinder habe ich damals genommen. Weil das sehr... Ich bin oft raufgestiegen auf den Stuhl und bin rot entsprungen, damit ich die Farben hingekriegt habe. Also das war... Aber das scheint wohl doch eine ziemlich starke Nachwirkung gehabt zu haben, bei Leuten, die gleichzeitig auch dort studiert haben, dass dann diese Ältere, die schon eine Vorgeschichte hat, rigide ihr Ding durchzieht. Kann sein, dass ich da Vorbilder war. Ja. Weil in der Stuhlklasse damals dann viele auch angefangen haben. Streifen zu machen. Streifen zu machen. Ja. Aber was da... Ja gut, aber das ist natürlich interessant, weil es zeigt, dass irgendwann, wenn der Punkt kommt, sie ihr Ding durchziehen. Ja. Das ist ja so wunderbar, dass heute Abend so viele Leute da sind, viele auch, die Sie kennen seit Jahren, aber die Produktion der letzten 20 Jahre nicht gesehen haben, seitdem die waren bei Ihnen zu Hause. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig dabei, also diese... Auch nicht darüber zu überlegen, was hätte sein können, wenn, wie, was, unter welchen Umständen wahrgenommen worden wäre, sondern dass bestimmte Dinge, die nicht passiert sind, ermöglichen aber später eine Explosion, die stattfindet mit einer Ökonomie-Konografie, die eben nicht so leicht zu verstehen ist, weil sie immer widersprüchlich ist und immer schräg und sehr hinterhältig, nachhältig und eben auch wirklich wunderbare lyrische Qualität hat. Ja. Also man darf nicht vergessen, zum Beispiel, ich bin Jahrgang 43, wenn ich also ein Ölbild sehe mit einer Schublade, einer Schubkarre, sozusagen, und dieser Mann ist ja sozusagen mit dem Zeichen quasi institutionell, das ist peinlich zu sagen, aber dann ist sofort die Astration, ja, das könnte ja auch aus einem Turmeslager sein, wo Leichen, äh, sozusagen verbrannt werden, weiß ich nicht, 44, kennt man aus der Wochenschau, aber hier ist es, in Indonesien oder so etwas, das ist so wunderbar, diese organischen Figuren, die eigentlich härtend sind, diese Affen, wie die gucken und so, ein Knäuel sind, und zugleich sind sie wie in einer Decke, als wäre das ein gemeinsames Kleid, und die Art, der Mann hat einen Mundschutz, aber die Affen haben keinen Mundschutz. Dieses Bild ist ähnlich wie eben jenes, es gibt Meisterwerke, je öfter die sie sehen, desto mehr entwickeln die, sozusagen, eine Geschichte, die aber nur sich auflöst in Malerei, also sie als Betrachter werden aktiviert. Aber dann war, dieses Bild ist eins der letzten. Das ist doch allerletzt. Das ist allerletzt. Das denke ich jetzt erst. Ja, genau. Aber das heißt auch, der Betrachter, der Beobachter heißt es, weil er beobachtet, man weiß nicht, wer ihn beobachtet, das ist ein Kommunikationsbild, hat mit Luhmann zu tun, aber von dem Fall. Ich wollte zu diesem noch eins sagen, das war so wie Zauberei, durch diese Farbschwingungen, hat sich für mich so etwas wie Musik dargestellt. Also Rhythmus und Musikalität ist in diesen Bildern, das ist für mich eindeutig, wie ich glaube auch für andere. Aber, wie gesagt, nach der Akademie, habe ich ein Stipendium gekriegt, eins der wenigen, die es gibt für Leute über 40. Das ist das EAAD, und das war für New York, ein Jahr, konnte ich da hin. Und da muss man aber auch studieren, das war am Vermont College. und die Leute wollten mich überreden, dass ich jetzt von der Malerei weggehe, weil die out ist. Gut gesagt. Und das hat meinen bayerischen Widerspruchskopf zum Überlegen gebracht. und ich wollte das natürlich, ich wollte nicht machen, was mir irgend so jemand da sagt, weil ich habe dann meine Bilder verdoppelt. Das war dann das. Dann habe ich, zack, jetzt zeige ich es euch jetzt, ich male die Malerei zweimal die gleiche, weil dann ist erst einmal nicht mehr klar, was ist das Original, was ist die Kopie. Es geht um Original und Kopie, es geht um Differenz und Ähnlichkeit, und ich habe Ihnen die ganze Theorie serviert, dank dem Professor Bernhard Lüpp, der da oben sitzt, habe ich da einiges gewusst, und das haben Sie dann akzeptiert. Ja, wenn Sie das immer so weitermachen, ja, das dann schon. Und ob ich es dann immer so weitermache, das war jetzt wieder bei mir. Aber ich habe es eine Zeit lang weitergemacht, und in New York gab es auch noch, ja, schauen wir mal, was kann man so. Ja, das ist das Bild. Das gehört ein bisschen auseinander. Ja. Das sind zwei. Und die habe ich gleichzeitig gemacht. Und im Grunde habe ich das dann auch noch, bei den Gegenständlichen gibt es es auch genauso. Und. Ja, ja, klar, damit ist aber auch der Korschen gefallen. Genau. Das war eine Befreiung. Ja, das war eine unjahrliche Befreiung. Also, ich habe einfach gedacht, ich mache immer, was ich will. Und was irgendwelchen Leuten gerade gefällt, da bleibe ich nicht dabei. Und ich mache auch, der Barschang hat mir noch gesagt, du musst immer nur ein Bild malen, du darfst es nie wiederholen. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Lust gehabt, ich habe mir das aber immer gründlich überlegt. vielleicht war das ein genialer Pädagoge. Ach so, ja, das kann sein. Also, mag sein. Das jetzt, da ging es jetzt. Aber dazwischen war noch eigentlich eine Zeit in New York, das war so spannend und so interessant, dass ich auch Projekte gemacht habe, die jetzt nicht unbedingt Malerei waren. Da habe ich zwei überengte mit Fotografie, mit der Petra Gertschner, die als Fotografin daherkam, und ich habe sie gefragt, du hast du Lust, mach mal zusammen. Das war die Intentional Entrance. Aber das ist natürlich sehr wohl, sozusagen der Unterton ist hochpolitisch. Also das ist natürlich aus einer Lifestyle-Zeitschrift, wo man einmal die Dame sieht in dieser luxuriösen Wohnung und dann sehr komplex, wo diese Kioskartige Gebäude aufgebaut ist, sehr ordentlich, alles auf kleinstem Ort hat, alles seine Funktion. Das sind Arbeitslose, Wohnsitzlose in Turquio. Also wenn man das sieht, das ist erstaunlich, wie organisiert, fast monastisch, die ihr Leben organisieren. Nachts wird es aufgebaut, morgens wird es abgebaut und das Ganze geht ein, also Ritual geht das sozusagen vor sich. Und das ist, finde ich, ein großartiges Bild. Und das ist natürlich einerseits in der Tradition von Matisse oder einer bürgerlichen Malerei der Navis, wo also auch die Malerei das Entscheidende ist. Aber hier sind eben auch soziale Wege, die nebeneinander stehen, ohne irgendwie mit dem Zeigefinger, aber die trotzdem da drin sind. Das eine hat mit dem anderen zu tun und das ist sozusagen in diesen Bildern vorhanden. Und es gibt auch Bilder, die was sehr Unausgewogenes haben, die was scheinbar Amateurhaftes haben, die nicht fertig sind oder wo plötzlich ein abstraktes Erweiterung da ist. Also das war dann jetzt hier nicht möglich, aber... Noch da hinten. Ja, da hinten. Ja, das ist zum Beispiel sehr schön. Dieser kleine Junge mit der Maske. Und dann, naja, das ist ein bisschen auch so, wie wenn man, weiß ich nicht, bei der Schwangerschaft dann guckt, ja, dieser, wie heißen diese... Also wo jetzt dann die Drei-Demission da ist, wo das ein Organ... Ja, da sehen Sie jetzt wieder was, was ich noch nicht gesehen habe. Aber jetzt kann ich nur beabfangen. Ich kann mal was reinsehen, auch... Also ich will auch die Bilder offen lassen. Also man selber... Aber wie auch die Idee des Waschbärens, die aber hier, das kommt vom Science-Fiction, das Vorbild, der ist irgendwie in einem utopischen Halbgott-Herrscher, oder? Ja, das ist Rocket. Der kommt in so Filmen vor, das ist Science-Fiction. Und der Roboter ist sozusagen ein Genosse von ihm, oder? Der, der, das ist ein echter Mann in seiner Raumfahrermaske, der beschlossen hat, der auch schon ausgewählt ist für den Mars. Der will da wirklich hin und dort bleiben, bis zum Lebensende. Und diese Weltraumkombination hat mir das sehr gut gefallen, weil es einfach einerseits so furchtbar ist, dass man ja zum Mars muss, oder was weiß ich. Aber auch so entdeckerisch und wichtig, aber dass es wirklich Menschen gibt, die sich eben aussetzen wollen. Aber dann kommen wir ja erst später dazu. Jetzt sind wir erst noch bei ihm. Und da wollte ich noch sagen, sogar die Pantoffeln von dem Japaner, der da drin sein Heim hat, steht sein Feind selber nicht vor der Tür. Und das war eben das Bild und auch andere waren die Auslöser. Ich habe dann plötzlich mit den Medien nicht bestanden. Ich habe einfach die Zeitung gelesen, sagen wir mal, und ich habe dann diese alltäglichen Eindrücke, die mich zum Teil so fertig gemacht haben, dass ich es überhaupt nicht verkraften konnte. Und ich wollte sie aber rüberbringen, aber eben nicht so grausig, wie es ist, sondern immer mit der Verlockung der Schönheit vielleicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich sage viel, was... Wo ist denn das Bild? Das passt nämlich gut dazu. Das Bild, was Sie gemalt haben, wo die Frau, die ältere Dame im Sportwagen sitzt und der Hund... Ja, aber das... Jetzt schauen Sie mal, das kommen wir zum Nächsten. Das war dann auch wieder aus den Medien. Da hieß es in der Zeitung, zwei amerikanische Soldaten erholen sich im Schwimmbad von Saddam in Tigrit. und das habe ich gemalt und jeder denkt, ja, das ist ein schöner Bad aus Budapest und ich habe aber dann noch das Birgerei gemalt, aber auch wieder so merkwürdig. Und das... Aber das ist ja der Blick aus Ihrem Atelier, ne? Ja. Und die Amerikaner haben dafür einen Begriff R&R, das heißt Rest and Recreation. Und da gibt es großartige Catch-22 und andere Komödien. Entweder über den Korea-Krieg, da war es noch sehr lustig, und dann wurde es immer depressiver im Vietnam-Krieg. Aber da gibt es eine großartige Tradition von amerikanischen Hollywood-Komödien, die sich darauf beziehen. Also wo normale Soldaten, die gehen dann Golf spielen oder werden also in einem Wellness-Modell verwöhnt und es sind irgendwelche Bauern aus Idaho. Also diese Missverständnisse und diese Vielfältigkeit von Kulturen, die werden belohnt. Also der Kindergeburtstag, das ist eine spezifisch amerikanische Sache. Und ich bin auch, ich finde das großartig, das Bild, weil es eben diese Kultur, die wir jetzt haben, wo Leute extra Urlaub machen und das ist alles reguliert und alles ist durchorganisiert und eigentlich sind das sozusagen utopische, negative Utopien. Also es ist sozusagen wie ein Ferien-KZ. Und das ist ja etwas, was immer stärker sozusagen die Gesellschaft bestimmt, was auch positive Auswirkungen macht, weil viele Leute können sich das leisten, die vorher gar nicht reisen konnten. Und dennoch ist diese Erweiterung von Subjekt ungeheuer wichtig, weil sie in der Tradition von Malerei steht. Also wenn Sie sich jetzt ein Manet-Bild angucken, merken Sie, dass sie irgendwie doch eine Nichte davon ist, weil, na ja klar, weil du hast immer, man kann ja nicht hoch genug geladen werden. Also das ist... Aber Manet-Liebe ich zumindest. Ja. Und insofern bin ich sehr glücklich, dass ich zufällig die Ausstellung gesehen habe, mehrfach besucht habe und da ich eingeladen wurde, hier in den Kammerspielen diese Gespräche zu führen, war ich wahnsinnig happy, etwas zu sehen, was unbedingt auch, nicht nur mit München kulturell, sondern auch sozusagen vom Licht und vom See mit diesem Ort zu tun hat. Deswegen sind so viele Leute gekommen. Und an der Gelegenheit darf ich auch noch sagen, dass ich seit damals glücklich bin. Weil das ist nämlich eine wirklich oder seltene Gelegenheit, dass Herr König auf einen zukommt und einen bittet, dass man im Gespräch mit ihm die Bilder erklärt. Weil ich meine, ich bin schon sehr allein da draußen in Kühlstedt und ich bin ja auch 70 und habe eigentlich jetzt das so ein bisschen abgelegt, also ich war auch noch nie PR-süchtig, also das habe ich noch nie geschafft, sagen wir mal so, auch nicht gewollt. Und ich wollte immer nur arbeiten und dass man das mal die Möglichkeit hat, das zu zeigen und ich bin also gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Medienabstürzendes Haus, weil Permafrost weg und so weiter. Aber auch hier, Sie sehen ja, nochmal einmal zurück, Sie sehen ja in dem Bild sehr schön, das ist großartig, dass eben diese Exerzit hier durchgemacht hat, sich rigide auf die Malerei eben sozusagen abstrakt bezogen hat und jetzt hat sie die Möglichkeit, auch Bilder in Bildern zu machen. Also Sie, das Haus ist rutscht weg, aber plötzlich ist dieses Rechner, ist ein Diamant und in dem Muster ist zugleich sozusagen die ganze Möglichkeit auch drin von abstrakter Malerei. Also das ist sozusagen kein Kommentar zu der Stylung, Dosebox, sondern es ist ein Sehen und es leitet uns an, noch mehr zu sehen und die Komplexität sozusagen zu lieben, statt es zu reduzieren. Und das ist halt sehr schön, auch da oben der Block, der ja auch in sich, aber eben flach ist. Es ist ja nicht Illusion. Also insofern ist es ganz gut, diese Präsentation, wie sie jetzt hier so sich zufällig ergeben hat. Das ist wieder zwei Meter groß, konnte man nicht mitnehmen. Das ist ein leeres Verlassniszimmer. Ich gehe mal weiter, oder? Ein bisschen schneller. Das sind Arbeiter auf den Osterinseln und da hieß es in der Zeitung der letzte Baum auf den Osterinseln, die bauen Stäbel ab. Aber das ist auch wieder so ein Zwischending, zwischenabst. Also was Sie gerade erklärt haben, dass ich so frei geworden bin. Also es klärt mir als Ja, und die Osterinseln, durch diese großartigen, archaischen, mythischen Figuren, sind die Osterinseln zerstört worden. Ja. Also Sie können da hinfahren, aber alles, was Sie sehen, ist sozusagen künstlich für die Touristen rekonstruiert worden. Eigentlich ist die Insel voll im Heimat. Ja. Und das ist interessant, weil es wir ja jetzt nicht so wie ein Kulturpessimismus sein im Bild hat, aber das ist sozusagen der Unteraspekt. Das ist, kommt auch leider nicht mit dem, das ist noch nicht so alt, das beschreibt die Olympischen Spiele in Sochi, und da wurde einer hochgeschossen, um die Fahne, der halt nicht die Fahne, sondern das Licht, die Fackel da, es wird im Wasser hochgeschossen und soll dann die Fackel halten, aber die Fackel hat nicht funktioniert, und deshalb habe ich das Bild gemacht. Keine Frage. Das wäre gut ein Geschenk vom Freistaat Bayern an Putin. Für die eremitarisch, das wäre egal. Er wird es aber nicht verstehen. Da fehlt sein Problem. Na ja, in der ersten Zeit, die haben schon Ahnung von Malerei. Aber was bei dem Bild auch wieder drin ist, wenn man genauer schaut, das hat wieder einen abstrakten Hintergrund, also eigentlich so ähnlich war das Bild drunter wie das, was da oben an der Wand ist, rechts. Ich habe auch oft alte Bilder übermalt, weil ich keinen Platz mehr hatte. Oder zu faul war, nur es auch zu spannen. Und das ist auch wieder so eine nette Täuschung. Also der Mann weiß nicht, was ihm geschieht. Er geht zwar einen steilen Berg hoch, aber hinten im Rucksack trägt er schon das Tier. Er ist nicht sehr freundlich. Das könnte auch so eine Luftmatratze Kinder krokodil sein, oder? Ja, aber ich habe es gedacht, da ist echt krokodil, muss ich sagen. Das ist jetzt vor einigen Jahren war ja die Ölpest im Bol von Mexiko und da waren die Fischer sauer. Und die, das habe ich einfach gemalt. Dahinter ist aber ein älteres Bild. Das riecht dann, das lasse ich zum Teil auch immer. Das nächste soll man vielleicht überspringen. Das ist auch über ein altes Bild gemalt, das ist eine utopische Lebensform, die auf uns zukommt. Aber was hinten, diese komischen Schläuche, das ist was aus meiner Kindheit. Das war ein Lieblingspielzeug, waren dicke Fliegereifen, die haben wir Fliegereifen genannt, die waren aus dem Inneren von Lastwägen, glaube ich. Und da war zugleich Trampolin und Pferd und Schiff. Da bin ich drauf umgekommen, mit denen bin ich im Wasser. Aber das könnte auch so eine Fernseh- Mounge-Szene sein, oder? Chillen. Und das ist jetzt ausschlaggebend eben, ab da gibt es viele Bilder mit Masken, weil ich Meistens männlich, aber es gibt es auch weiblich, ne? Ja, weil ich die Maske steht für mich für vieles, eben, dass man ihn verbergen will, dass es einen davor oder dahinter gibt, oder, aber was wirkt, was die Wirklichkeit, ich wollte die Wirklichkeit erforschen. Und im Grunde ist vielleicht mehr die Maske das Wirkliche in unserer Zeit, wie, wie, das was drunter, was drunter ist. Ich weiß, du kannst es im Moment die beste sagen. Jetzt in Berlin, in der Volksbühne, ist ein Theaterstück von der Kennedy, die ja aus München kommt und die hier gearbeitet hat. Da geht es eben um ein Sanatorium und sozusagen die moderne Lebensverlängerung und da gibt es eben alle Schauspieler tragen Masken und alle Stimmen sind sozusagen aufgenommen, aber es handelt sich eben um Krankheit und Psychologie und Klasse und so weiter und das ist schwerst erträglich, weil es eben so ganz artifiziell ist und rekurriert auf klassisches griechisches Theater. Die Bühne ist auch gewaltig, nicht so groß wie hier, also irgendwie stimmt es nicht. Und das wiederum, da muss ich denken an die Typen mit ihren Masken, weil das ist ja alles Oberfläche, das ist ja Imponiergehabe, das ist wichtig, Tuerei, heiße Luft, aber letztlich ist es ein unglaublich schönes Spiel, also nicht, dass ich da ein Spezialist bin, aber es ist eben nicht so beschwerlich und belastend, sondern es hat irgendwas, ein positives Momentum von, ja, von Spiel und das ist auch gut, weil es eben nichts anderes ist als nur Malerei, aber eine Malerei, die sozusagen immer wieder unerwartet Appstationen herstellt und das Zeug immer wieder neu angeguckt werden kann und was anderes bedeutet. Da habe ich mich mal ein bisschen an Guilla inspiriert, das sind die Giganten. Das ist wieder, das ist auch was typisches vielleicht von mir, dass ich mit jedem, mit jeder Idee meine Malerei auch ändere, was halt gerade wirklich dazu passt, also das spielt immer zwei zusammen, zwei Komponenten, das eine ist die Welt außen und das andere ist das, was ich mir wünsche, das ist nicht genau definierbar, das ist von innen her. die wünschen sich an, dass das Selfie nicht von Gloria sondern von ihm gemacht wird, die beiden Tüten. und da gibt es Geistgegenteil, das ist auch so, Wrestler, der ist sehr schön. Und das ist ja auch interessant, dieser, dieses, das könnte ein Stück von der Architektur sein, wenn man beim Bankschalter steht oder so, dass das, ja, und zugleich ist es unten und Oberkörper und das ist auch, immer dieser Trick, etwas sozusagen Befremdliches zu machen. Ihr könnt es ja mal umdrehen à la Basel jetzt hier. Da gibt es noch so einen, der ist wieder anders gemalt, aber der ist dunkler in echt. das ist noch mal eine Variante, wieder eher so surische Geschichte mit dem Brauch dieser Frau, also diese Masken, es haben ja auch oft Halbgötter waren, das hängt auch damit zusammen, dass man sich überhöht, dass man sich geheimnisvoll macht und so weiter. Das ist mal ein weiblicher Wrestler, nicht ihr, und das ist sehr schön, dieser Hund, dieser Weckvollein, er hat so etwas sehr Melancholisches, also als wollte er dich ein bisschen lustig machen, in der Wasserwandschaft, sehr schönes, großes Bild, leider zu groß, um es herzubeziehen. Herr König ist heute extra, er ist in der Früh in Berlin weggefahren und extra zu mir rausgekommen, das war alles heute, und wir haben die Bilder ausgesucht, aber das wollte er gerne mitnehmen, aber das ist auch zwei Meter und das passt nicht, das war die Bus, jetzt haben wir noch, das war ja das letzte, genau, der WU-Wachter, das ist wieder anders gemeint, das ist fantastisch, wir sehen hier die Tattoos und die lösen sich auf in Dummstille, also die haben eine unglaubliche Zartheit und sehr schönes, das muss man sozusagen wirklich nicht in der Abdehnung, sondern in der Mannerei selber sehen. Und für mich ist es noch so ein wiederum eigentlich ein Verzweiflungsschrei, also so ein Schrei wie der Schrei vermuck vielleicht. Oder wie bei Trump, der macht auch so den Mund. Der Traum würde trafen sich nie in die Wahl, da würde mich keine Zinterne zu bewegen können. Dann haben wir schon hier der Fake eben. Es wird gespielt, dass man sich umbringt, aber man bringt sich nicht wirklich um und ich meine, das ist auch so eine Art Wunsch, wenn wir das doch bitte alle Menschen, die kämpfen wollen und auf den Kopf drücken wollen, sich in Wrestler verwandeln, die dann spielerisch kämpfen und einer gewinnt und so, aber es passiert nichts. Das wäre meine Utopie. Das ist, den mag ich besonders gern. Die elegante Bewegung. Haben wir den dabei? Ja. Den haben wir echt dabei, den kann man nochmal anschauen, wenn er nicht so flach abgegeben ist. Ja, dass er nicht so flach ist. Ja, dass er nicht so flach ist. dann gibt es ja die Halbgörter im Kugel-Tor, das ist ein Mike-Checks. Aber der hat ein T-Shirt mit. Ja, für den Glücklich. Glücklich. Ja, weil es war ein Vorbild. Ja. Und da hinten ist der Prinz, der auch verstorben ist. Ich habe jetzt die verstorbene Idole so ein bisschen auch alle mit Masken. das ist auch ein wirklich kurioses Bild, besonders wenn man weiß, welche eine Quelle das hat, warum das Äffchen so eigentümlich guckt. Das Äffchen guckt Pornografie. Also laut Aussagen der Künstlerin. Das finde ich irgendwie gut für die Nachbarschaft. Das könnte Maximilian Schlauze sein. Ich denke nicht heute, aber vielleicht in 20 Jahren, wenn man zurückguckt. Aber das ist Batman. Ja gut, der verbandelt sich auch. Ja. Und der Schimpanzer? Das ist Ihr Schoßhund. Halt Gott. Und ob Sie überall vorbeiliehen. Gehen gerade zum Bahnhof. Ich bin da. Ich bin da. Ach, das ist auch sehr schön. Ja, das wäre da so ein Halbgott, der damit laut. Das ist wieder nach dem historischen Decken. Soll ich helfen? Ja. Das ist ein Unternehmer. Das wird sonst pekär. Aber den können wir gleich mitnehmen, oder? Ja. Ach ja, das ist das vorbeiliehen. Den haben wir schon da oben gesehen. Da gibt es noch die Variante zu dem Aufenthalt. Dazwischen habe ich auch nochmal ein Projekt gemacht in New York. Und zwar da habe ich Leute gefragt, ob sie jemanden kennen, persönlich kennenlernen möchten. Da haben 75 Leute mitgemacht. Und da war die Idee, dass ich die Zeichnungen mache von all diesen Leuten, die sie kennenlernen wollen, wo sie auch selber mit drauf sind. Und die Ausstellung war dann in New York. Im Point Center, oder? Ne, das war später. Und da konnten dann auch wirklich alle Leute hinkommen und den Menschen kennenlernen. Rein theoretisch, aber auch praktisch. Und das war eigentlich für mich, das war für Vorläufer von Facebook. Das war ja 2001. Und leider drei Tage, nachdem die Ausstellung eröffnet war, gab es den 9-11. 9-11. Ich habe alles Waffen und da es war nur gestunken in New York. Man wollte wieder weg. Das ist auch interessant, Ihre Merkung, dass es gibt eine, in Amerika gibt es mehr Tiger als Haustiere, die bei Menschen wohnen, deren Zähne gezogen sind, die Krallen und so, als Tiger in der ganzen Welt überhaupt noch in der Natur existieren. Und das ist wohl basiert auf dieser Geschichte. Und es gibt ein anderes Bild, wo ein Tiger sehr stark in Beziehung zu einer Frau gezeigt wird. Und das Bild hat eine Ähnlichkeit mit einem sehr bekannten Bild von Maria Lasnik. Und das habe ich auch erwähnt, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und da wurde ihr gesagt, dass jemand, der Interesse hat, sie auszustellen, das dann nicht getan hat, weil doch das Bild so aussehen würde wie Maria Lasnik. Was natürlich wiederum fatal ist und typisch ist für unsere Wahrnehmung, weil das sehr sozusagen nicht unbedingt jetzt die Kriterien sind, indem man durch die Pinnakothek geht und hier einen Rubens sieht und da also ein Maniasco, sondern was momentan sozusagen für wichtig erachtet wird. Und das ist natürlich, das hat es sicher zu allen Zeiten gegeben, aber schon ein Diktat, was in der Situation wie in München auch eine fatale Auswirkung haben kann. Die Stadt ist so teuer, dass sehr viele junge Künstler hier weggehen, gar nicht mehr hier arbeiten können und dann gibt es sozusagen eine Stagnation, die weiter dazu führt, dass noch mehr sozusagen man sich auf das verlässt, was sozusagen der Kodex ist der Zeit. also insofern ist es glaube ich interessant, immer wieder auch sozusagen zeitmaschinenmäßig etwas zu gucken und sagen, warum ist es so, wie es ist und sich dann wiederum auch befreien von bestimmten Kriterien, für die man selber mitverantwortlich ist, dass sie so wahrgenommen werden, wie das der Fall ist. also dieser Befreiungsamt, der da passiert ist, ist natürlich therapeutisch interessant für alle Menschen, wenn sie das Privileg haben, das erfahren zu können, sei es aktiv, also als Künstler oder aber auch als Rezipienten. das ist wieder aus den Medien und da hieß es, dieser Tüchter hat eine Kanicke für Nordkorea gezüchtet, das so groß ist, dass es acht Portionen Fleisch hergibt. auf Portionen. Zweimal ein Wörfsgesicht. Vielleicht ist es jetzt gut, alle bitte abzuräumen und dann überlegen, was im Hinterkopf geblieben ist. Also die beiden Typen sind ja wichtig, ne? Zusammen. Das ist auch ein Beispiel, oder? Ist das, das war auch irgendeine Figur? Ja, das ist immer der Rocket. Der Rocket. Und das kommt mit dem Film, oder was? Der Beschützer des Weltalls. Der hat immer ein holzmäßiges Gewehr dabei, so einen Pumpgun, glaube ich, nennt man das. Und, aber ich habe die Filme nie gesehen. Mich interessiert halt die Idee, warum das bei den Leuten auch so gut ankommt, dass man eben als Bär im Weltall schützt. Aber das Gewehr ist mehr sozusagen ein Symbol, oder? Ist es ein aggressiver? Ja, das hat er schon dabei. Sein Attribut, vielleicht wie Töcki, keine Ahnung, ist zu weit hergeholt. Davon müssen wir erzählen, von dem nordkoreanischen Wunderkaninchen. Ja, das war eins vor, das habe ich schon wieder weg. wie will sich ja machen. Vielleicht sind so viele alte Bekannte von Ihnen, die haben doch bestimmt unbedingt Fragen. Ja, also wir sind jetzt auch fast schon durch. Das ist eine Post, das hat man ja heutzutage so, aber die Post vor dem Eisberg, der abgebrochen ist. Also das ist, glaube ich, ein ziemlich schlimmes Zeichen, was man an der Zeit in der Umwelt war. Ja, das ist jetzt das Neueste. Ich kombiniere jetzt ganz gern wieder meine ganz abstrakten Bilder mit den anderen. Das sehen Sie hier noch im Original, so klein ist das. Und das überrascht mich dann selber, wie gut das zusammengeht. Weil ich werde oft gefragt, was malst du? Und ich weiß dann gar nicht, ja, auf Leinwand, Essig, Öl oder wie? Das ist schwierig. Und das alte Bild, das ist schon mit Lackform und Hauptdünnen Schichten. Ich weiß auch nicht, ich finde, dass es funktioniert. Da auch wieder. Wunderwomen, da ist es in einem, das abstrakte und das Gegensteckliche. Das reicht sehr schön langsam, oder? Das ist ja jetzt das Tigerbild, wo Sie gerade erzählt haben. Aber das ist Roy, oder? Das ist ja nach Roy. Von Las Vegas. Ja, der gesagt hat, auch Tiger haben mal schlechte Tage, der hätte ihn fast zerfetzt. Aber es gibt eben das Bild von ihm, wie er im Bett liegt mit dem Tiger. Und das war mein Ausgangsbild, das habe ich dreimal gemalt. In drei Barrieren. Und das ist auch wieder so ein jetziger, der Esos, glaube ich, hat Esos, oder Besos, von Amazon. Amazon, ja, Besos. Ah, ja, genau. Der ist, ja, man weiß nicht so genau, also hinter ihm ist so ein grenzender Affe. Und jetzt haben Sie Ihren, mein Atelier war es wieder so ähnliches wie hier jetzt, die, ähm... So hier, die wollten wir doch hoch zeigen. Ah, die wollen wir auch. Also, so schaut es bei mir daheim aus, wenn wir mal... Das ist auch toll, dass Sie sich das selber beigebracht haben, zu vergolden und... Ich habe mir viel beigebracht, ja. Noch lange, ganz am Anfang. Ich habe auch geschnitzt, überhaupt. Da habe ich mit dem Schnitzen angefangen. Also, ich habe hier eine Kuh und der Herr König hat die andere. Danke. 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 Wie man das überhaupt? Aber es gibt ganz viele davon. So, jetzt sind wir eigentlich fertig, oder? Also, wollen Sie Fragen haben? Oder möchte ich sagen? Also, ich möchte mich wirklich sehr bedanken. Ich finde es großartig, dass die Kammerspiele sozusagen ein Format ermöglichen, wo man wirklich fokussiert sich mit etwas beschäftigen kann. Und das hat sich gut. Und wenn Sie nicht so viel kommuniziert hätten, dass Leute, die das möglicherweise interessieren könnten, wird es vielleicht noch ganz wenig Leute heute Abend geben. Also, vielen Dank. Ich glaube, es war gewinnbringend für alle, die da waren. Also, alle Dekade, jede Dekade ist immer wieder, die Malerei ist tot, und die ist schon lange tot, oder so, die Bafi ist tot, und so, und so, und ja und nein. Und dieses ewige sich wieder erneuern, hat natürlich immer die Qualität, dass die anderen Gattungen, die auch nicht tot sind, sich dadurch neu definiert. Und die Bereicherung wird eigentlich immer größer. Also, wie sozusagen Fernsehen kam, schien das Radio tot, und das Radio ist hundertmal besser als das Fernsehen. Und er entwickelt sozusagen eine Kultur, die nicht nur politisch sozusagen unter dem Radar wirklich in die Tiefe gehen kann. Und diese blöden Fernsehsender werden immer dämlicher und immer affirmativer, und man fragt sich, warum werden wir gezwungen, diese Scheiße auch noch bezahlen zu müssen, staatsmäßig vor Ort. Und insofern ist natürlich ein Theater ungeheuer wichtig quasi als etwas, was sich immer wieder neu aufstellt und zeigt, welche Relevanz das hat. Also, ich bin wirklich sehr dankbar, weil der Kunstbetrieb, und ich bin Mr. Kunstbetrieb, ist natürlich ein ziemlich hermetischer Ort, der relativ unerfreulich sein kann, wo man sich fragt, ist es sinnvoll für intelligente, sensible junge Leute, wollen die überhaupt noch mit der Bildung und Kunst was zu tun haben. Und ich glaube, da ist eben jemand wie Sie, ein guter Elixier, die Dinge zu öffnen, die Pandora-Box, und irgendwie neu zu verkabeln und zu machen. Also, danke. Ich habe gesagt, sie möchte nicht jetzt irgendwie zu gern in den Arm genommen werden, sie hat sich so viel Mühe gemacht, jetzt können sie alle herzen und machen. Aber vielleicht haben Sie konkrete Fragen, die Sie gerne stellen möchten, in Anwesenheit, Antwort. Ich bin gerne bereit zu moderieren. Hat jemand eine Frage an Frau Enders? Das ist ganz schön. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob ich die Mikrofon vorgekommen habe. Nein, das geht ja so. Wir hören sich so. Wir hören sich so. Und zwar zu diesen beiden letzten Bildern. Ist dir das Rechte zufällig in die Hände gefeiert? Oder wie entstanden die denn zusammen? Wie entstanden die zusammen? Ich habe das, die Linke gemalt in meiner Waschbärenreihe jetzt, weil Waschbären haben ja auch eine Maske quasi schon im Gesicht, die muss man ihnen nicht malen. Und dann habe ich überlegt und dann bin ich gezielt in den Speichel und da gibt es noch 100 Werke oder was. Und da habe ich das was gezogen. Und das war schon so, oder? Ich habe da gar nichts gemacht. Das eine ist von 1994, glaube ich, und das andere ist von 2000 irgendwas. 2017. 95. Aber der Waschbär hat ja auch eine Schürze und könnte auch eine Wittenwohr und eine Hausfrau sein. Also die Marischen Waschen, die Dauerbank, die Dägel. Ja, das ist ein bisschen Waschen, weil mich Waschbären gern mal hat, auch mit meiner Kindheit zu tun, weil im Landstück gab es den Hofgarten und da sind wir mit den Eltern, wir hatten kein Auto, nichts, am Sonntag gewandert. Wir haben da ein Mini-Zoo am Hofberg oben, einen Golf-Fassan und zwei Tauben und zwei Rebhörner und einen Waschbär gesehen. Und den Waschbär, den habe ich schon lange, hätte ich am liebsten zu geschaut, weil der immer seine Sachen gewaschen hat und wie ein Mensch eben war irgendwie. Aber ich musste wieder heim. hat, aber sowas setzt sich dann auch manchmal durch, was man so angereichert hat, in sich an wunderbaren Elementen und so zu kombinieren, dass, so zu kombinieren, dass was Schönes oder irgendwie was rüberkommt, was unterschwellig ist, also nicht so direkt klar, das geht nicht. Das ist immer mein Anliegen. Aber da gehört ja die Maria genauso dazu. Ja. Oder jetzt bei dem Bild hier, dass dieser Hund und diese Dame, also das eigentlich in der Zeitung stand, das Anschnallpflicht ist. Weil ich meine, darauf muss man erstmal kommen, weil die Maria als Bild ist eine unflanzliche Erfindung. Also es gibt keine Religion, die solch ein Einsatzreichtum hat, wie der Katholizismus. Sie haben die unbefleckte Empfängnis. So. Das ist also die Mutter Gottes. Aber all das. Und das ist sehr schön, eben die Ketscher und die Maria. Aber die Maria ist sozusagen architektonisch aufgehoben und sie hat also eine rituelle Wiederholung, wo man ein Marienaltar hat zu bestimmten Jahreszeiten und so weiter. Und das, ich werde mir morgen wieder die Münter-Ausstellung angucken. Ich habe das nur so perifel mitgekriegt, auch im Katalog. Auch da gibt es ja sozusagen bayerische Motive, die relativ spät wohl überhaupt erst wahrgenommen wurden, die auch dieses Momentum haben, was sozusagen keinem gehört und allen gehört. Also was nicht zu vereinnahmen ist, aber ein Teil unserer Kultur, auch wenn man sich nicht damit identifiziert, ist es eine Bereicherung. Und das finde ich eben so mit dem Waschbindes auch schön, so wie Sie das beschreiben. Also das ist ja nur eine Gehilfe, um das zu verstehen. Das ist ja nicht der Ausgangspunkt. Aber dennoch, diese Fernsehgeschichten, oder er hat ja eine unglaubliche liebevolle Art, den Affen also diesen Transporter zu ermöglichen. Er hat dann diesen Mundschutz und hat eine sehr elegante Figur der Mann. Das ist ein sehr echter Diener, ein guter Typ. Das ist ja nur so groß, um die Jungen von den getöteten Korridas gehen. Das war, glaube ich, eine sehr biologische... Ja, ja, das war das fürchterlichste Bild. Da habe ich mich schwer überlegt, um mich das mal erinnern, da habe ich fast geweint, wie ich das gemalt habe. Es geht nämlich darum, dass zur Zeit überall die Urwälder abgeholzt werden in Indonesien. Und dann schießen sie natürlich die Weibchen und schaffen die Jungen raus und brennen alles ab, um dann ein Bild anzuglazen. Ja. Aber das ist ja eigentlich ein blöder Schluss, oder? Was mir ganz gut gefällt, was mir sehr gut gefällt, ist tatsächlich so diese Kombination, wie wir es hier zum Beispiel sehen mit den Barschpern und etwas abstrakten. Weil beide Bilder haben eben die Ausstrahlung von wie verändert. Und ich glaube, dass sie unterschiedliche Bilder, die sie gemalt haben, gut kombinieren können und immer ein neues Spannungsfeld angeht, damit erzeugen. Ohne dass es befremdlich wirkt, weil es eben alles von ihnen ist. Und das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, dass diese Kombination, egal jetzt auch, wenn man gestreiten will zum Teil, mit dem Astronauten kombinieren würde, total super ist. Und ich glaube, das ist nochmal so etwas ganz Eigenes, was andere Kunstler bisher in der Form noch nicht so gemacht haben. Vielleicht sollten wir das nochmal zeigen. An Lester, ja. Ja? Weil da gehört noch ein Teil dazu und dann müssen wir das hier herstellen. Und das hätte man wirklich aufhängen müssen. Damit es in seiner Flachheit auch... Das ist hochinteressant. Auf den Stuhl! Auf den Stuhl! Das war eigentlich ursprünglich ein Bild, aber das hat mir nicht gepasst. Dann habe ich das abgespannt, auf zwei Kälte lang entspannt, damit ich es auseinander... damit ich es so ein bisschen mit so einem Abstand machen kann. Ja, das sind so Feinheiten, wo ich mich dann doch ganz schön spiele. Aber da schaut eben der Affe auch fern, aber er sieht sich selber. Also so wie wir alle da fernschauen, uns selber sehen. Und da ist all die schwierigen Probleme unserer Zeit auch. Klimawandel, Menschenverachtung, Tierverachtung und so weiter. Und es ist schön, dass du da immer noch diese sublime Kurve kriegst, dass da auch etwas Positives muss sein, etwas Hoffnung gibt, dass die Depression entgegensteht. Ja. Und wissen, was du da brauchst? Also ich meine, ich arbeite an den Bildern, weil ich sonst, irgendwas ja vielleicht gar nicht ausweist. Andere arbeiten an was anderen. Ich arbeite an den Bildern. Es ist ja vielfältig und das macht das auch was. Ja. Ja, ich habe halt ein reiches Bild. Ich habe, wie gesagt, 40 Jahre in meiner Reihe auf dem Buckel, mindestens. Davor war er auch schon. Und das Schöne ist, dass da alle Erfahrungen reinkommen und sich, und das ist sehr aufregend auch. Sehr spannend. Was so toll ist, Ihre Batterie ist noch an, ich erkläre. Hey, ich fange gerade erst an. Das ist sehr schön, dieser Karlauer, der auch hier reinpasst, also wer ein grandioser Beobachter ist von Kunst, war der Willen Busch. Wenn Sie Willen Busch lesen, in der Prosa, auch in seinen Bildern, Geschichten gibt es immer, um sozusagen, die Kunst ist nichts Wahres, mit Haar geschrieben, ohne Aussicht auf Bares, oder weil, warum Helene, der Künstler fühlt sich stets getränkt, wenn es anders kommt, als wie er denkt. Also das kann man positiv bei der Emre sagen. Also das, ich glaube, ist einfach wichtig, anders kann man sich zukunftslich vorstellen. In der Musik vielleicht an erster Stelle, weil es eben so abstrakt ist. Und so ist es bei der Poesie oder Philosophie. Das ist eben wichtig, dieses Bildnerische, in dem Falle, also wie mit den Affen, plötzlich kann man auch, eine böse, dunkle Geschichte sehen. Also wie zum Beispiel, das fand ich interessant, Maria Lasting war ja extrem, extrem tierlieb, extrem. Und, das war ja wichtiger als alles andere. Und ist vollkommen anders gepolt, als die Geschichte mit dem Tierjahr. Also es gibt immer noch Unterseite, das heißt aber nicht, dass deswegen die Ästhetik nicht wirksam sein kann, vielleicht um die Unterseite auch hervorzuholen, oder auch für sich. Also ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Und das war bestimmt gut, diese gemeinsame, zehn Jahre, die ihr hattet. Absolut. Das war wunderbar. Und ohne das hätte ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, kann man nicht sagen, aber deshalb, da haben wir uns auch was getraut. ja, 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 auch die Durchhalte, die es durchhalten. Ja. Ja. Also ich freue mich schon, wenn wir alle in zehn Jahren eine Retrospektive von hier in München erleben können. Ja. Das war früher sein. 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 Das war früher sein.